Willkommen bei Star Citizen News Radio On Air und es wäre doch toll, wenn ihr uns followt, so wie seid ihr immer informiert, wenn wir online gehen. Jepa! Oh, wir sind fünf. Jawohl. Ich bin vierter. Neben mir ist gerade Batman aufgetaucht mit seiner Aurora. Aurora? Ui. Der ist mutig, der ist mutig. Was ist vor dir? 300i oder 350 oder was ist das? Genau, vor mir ist der Crestcat mit seiner 350R. Okay. Und das sind zweimal 300i, CapFuture und Bonsai. Jo. Also bis jetzt kann ich noch Crestcat, die Made streitig machen, ja. So, jetzt kann ich auch wieder. Und da kommt der Golf mit seiner M50 dann. Ja, genau, jetzt warte kurz. Nein, M50, da haben wir ja gar keine Chance. Boah. 350R zieht nochmal weg. So, jetzt wie war die Match ID 9? Oh, ich muss ja nochmal gucken. Kann das jemand doch mal kurz vorlesen? Ich sehe es gerade nicht mehr. Ähm, schau mal. Kurz zurück scrollen. Na da, rechts ist halt nochmal. Jawohl. Ich habe nochmal 9. Ich habe den Pace gemacht von der letzten. 9Y, EU, KJ, VJ, S und Gustav. Korrekt. Der Erich fragt, macht ihr am 1.11. auch wieder einen Stream wegen Pucks aus? Passt. Ich komme. Also der Erich meint jetzt, ob wir da wieder einen Stream machen, wenn auch die Pucks gleich... Also, ich sage mal so, wenn der Stream von der Pucks läuft, dann mache ich wahrscheinlich keinen Stream, weil ich dann das von der Pucks gucken werde. Wann machen die Event? Am Freitag? Also am Samstag? Oder wann ist das Event bei denen? Ich will drei Tage, ne? Ja, am 1.11. Das ist ja, wenn, wo, wie, was haben wir für Datum? Es ist Samstag. Nächste Woche. Was heißt die drei Tage? Jetzt haben wir den 26. erst. Nein, ähm. Gestern war Zahltag. Am Elften. Am 1.11. Ja, das ist Samstag nächste Woche. Das ist der Feiertag bei uns in Deutschland. Jupp. Ach du Samstag. Cool. Du habe ich Nachtschicht vorher, du arbeite ich in den Feiertag wieder rein. Yeah. Wir haben keinen Feiertag bei uns in der Schweiz, hier in Basel. Nö, 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 nö. Wurscht, was schön hier zusammen sind. Möchte auch jemand ein Update von M50 auf 350R? Gegen Selbstkostenpreis von mir aus. Äh, ich wäre nicht ganz abgeneigt, weil ich komme mir da rein, ich kriege gut zurecht mit der 350R. Denn ich habe mir einiges zurückstellen lassen vom Customer Support und alles war Account gebunden, bis auf dieses Crush, das ist Update von M50, das ist noch giftable, also könnte ich das noch abgeben. Ich überlege es mir. Äh, hat der Erich gesagt vorher, ja, also am Freitag werden wir sicher wieder streamen. Das ist Logo. Freitag. Wie gesagt, offizieller Stream von SCNR&R ist immer Freitag, also Mittwoch, Freitag und Sonntagabend, 9 Uhr. Das sind die offiziellen Streams und wenn unsere Leute, die auch noch mit streamen hier auf unserem Channel, sonst noch streamen, dann kann das auch sonst noch an anderen Tagen noch gestreamt werden. Deshalb followen, da seid ihr immer informiert, wenn wir auch mal zwischendurch streamen. Und ja, die anderen, ja, aber es sind sechs, wir können alle X drücken. Und ja, ähm, die anderen, die hier streamen, die sind genauso gut im Stream wie ich. Wenn vielleicht auch ein bisschen besser. So, ich gebe mal Gas, Gothic ist da vorne, dem gucke ich direkt in den Arsch rein. Oh, so, nur kurz. Ich sag dir doch, los! Ja! Ich hab draufgedrückt. Ei, 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 ei. Unglaublich. Und schon ist mein Schiff wieder ein bisschen angeplättet. Ich hab kein Boost mehr. Verflixt! Ah, ist das mal wieder am Rrrr. Immer diese Sonntagsbremse. Ja, somit reiße ich ja nix mehr ab. Kein Boost mehr. Wir haben jetzt ja einen Boost kaputt gefahren. Ja. Das ist aber ganz blöd. Ja, ohne Boost reißt's da nix mehr. Oh, da streife ich so in der Gegend rum. Aua, okay. Schleudersitz. Wo sind wir hier? Boah, ich raballe hier irgendwo gegen, ne? So, jetzt sieht er wieder anders aus. Ein Start kann praktisch alles vermiesen. Oh nein, letzter Platz. Ja, ich muss da auch wiederholen. Wer ist ein Erster? Cresscat, wahrscheinlich. Ich würde sagen, oder Captain Future. Der hat mich gerade überrundet. Nee, ich glaube Cresscat ist vorne. Ich bin definitiv nicht vorne. Nicht? Nee, ich will nicht vorne. Boah, ich flieg mal hier wieder wie ein Henker. Wow. Irgendwie bin ich heute gar nicht da. Wow. Meine Steuerung reagiert hier ein bisschen ganz diffizil. Ist zu viel Europa geflogen. Ja. Der Kassik mich überholt, ja. Wo bist du da oben? Batman. Ja, dich hole ich auch gerade. Oh nein, Antenne. Oh nein, Antenne. Wuhu. Dabei kenne ich doch die Strecke. Aber ich bin sie noch nie mit der 300i geflogen. Ah, okay. Wow. Ja, da holen wir nicht mehr ein, ja. Oder auch, okay. So einlaststastig. Wo bin ich denn jetzt hin? Ohpala. Zack, dritter Platz. Oh, habe alles verpasst. Scheiße, einraststaste eingerastet. Oh, okay. Scheiße, Ding. Magrond G. Huhu, habe alles verpasst. Bekommst du nicht mehr. Passt, die Spendzeit geht heute bei mir. Ohne, dass ich was umgestellt habe. Okay. Magrond G. Sauber. Ja, aber ich bekomme eine Info, dass eine Mail gekommen ist. Sonst würde ich ihr werden. Okay. Er sagt ja, keine, keine Info. keine mail was immer noch mal üben würde ich sagen aber mark und du hast ja auch follow gemacht bei uns oder dann müsste es ja eigentlich eine mail bekommen wenn das an ihm jetzt hast du hast keine benachrichtigung bekommen wenn du deine mail bekommen hast da kann ich auch nichts machen da kannst einstellen sms kacke weiterleiten auf sms also der babmann hat da irgendwie volle rückkopplung vielleicht hat er den twitch-channel offen mit lautsprecher er hat auf dauer sprechen der herr batman ja ich habe mir jetzt erstmal leise gezogen weil es ist gut weh in den ohren das gequietsche das tut ja nichts zur sache wenn du ihn leise machst das ist bei dir leise aber nicht bei uns da sind ja auch meine ohren wer dafür wenn du jetzt eine arena raushaust wollt ihr eine arena ihr schreit nach der arena ich werde euch keine liefern was ist batman was ist batman hat man für selbst gespräche glaube ich nicht ich bekam leider die scheiß einrast taste ach so die ist komplett eingerastet durch den tisch durch die sind einraster von microsoft einrast taste ach so da habt ihr eure arena da hat er mich weggenommen den wollt ihr jetzt schon dafür haben muss sich ja rentieren ja wenn ihr schon schreit dann liefere ich euch aber halt auf konditionen und da geht's ab komm ich mach auch eine runde mit sie kann jetzt die punkte ja ruhig doch ohne punkte du brauchst keine punkte eintragen aber du kannst doch die punkte dann wieder schön verteilen oder ja klar ja sie kosten 10 aber muss nichts eintragen steht hier oben type joint arena to enter nur joint arena kostet ja 10 nö ich nur 10 nein so und da haben wir auch gleich wieder den nächsten poll raus und die jawoll macron g dankeschön dankeschön guck an da wird es gleich auch im stream angezeigt dankeschön für deine spende wunderbar wir freuen uns natürlich darauf sauber 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 ja rixis du hast recht wenn safi mitmacht sollte die weglaufen ich glaube die setzt sich immer abends heimlich an mein pc wenn ich schon schlafe und dann cheatet sie da was irgendwas rein dass wenn sie mitspielt dann gewinnt sie ich weiß es nicht das muss getestet werden ja du siehst es funktioniert auch wunderbar dass es direkt im stream angezeigt wird ba bämm und natürlich der bekannte ton dann wenn jemand spendet macht's hodini von star wars die kleinen javas und wenn jemand follow macht dann kennt man natürlich auch schon hier ja ba da ba du von scooby du ha 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 hodini war doch magier oder warum rufen nicht hodini achso doch der hodini ja ja das stimmt das stimmt da hast du recht so wir machen wieder etwas neues ähm da haben wir's dann ja da mit da haben wir's boll